Ach so, mit Hotels und so meinst du? Ja, ja, aber wohl schon wieder Kult oder so. Da fällt wohl irgendwie halt England an im Winter. Und die Engländer klettern da halt auch sehr viel. Das wollen die ganz gerne. In der Höhungsbahn nennen sie? Ja, die kommen da, treten da Rudelwasser auf und übernehmen ganz gerne solche Häuser, die im Winter leer stehen. Du kriegst dann zum Teil komplette Häuser mit Swimmingpool und allem drum und dran, die man sich mit 6-7 Leuten teilen kann für Nappel und ein Ei, also Spottbeweg. So, wirklich ein gutes Ziel. Weil Späulien noch was ganz Alben drin hat. Wir waren zweimal in Andalusien, da sind wir ja gar nicht geklettert. Andalusien ist richtig gut, unbergig. Genau, da sind wir nicht geklettert. Aber es war trotzdem sehr fester. Eine Seillänge mal, das war für den Plasterkopf. Der Urlaub als solcher sehr schwimmen war, weil wir das nicht geklettert haben in dem Urlaub. Aber das war sehr rasig. Ich glaube, Sabine und Olaf waren da. Die waren dann in diesem Klechergebiet am Strand. Da ist einer. Die kommen dann, die lagen da, die sagen nichts, schmeißen ihre Klechersachen dahin und nicht mehr. Und zu klettern? Ja. Also sie meint, das ist schon ziemlich krass. Wo könnte das denn gewesen sein? Ja, die waren. Ja. Das wo gerade Baustelle war. In Andalusien war sie. Ach so, in Andalusien. In Andalusien.